So, willkommen zum nächsten Minecraft LP Äh... Ich bin jetzt bei Minecraft Ich habe gerade noch einen Text nebenbei gelesen Zumindest von Nico, der hat mir gerade geschrieben Das ist Minecraft, der das gebaut hat Das Mk2 oder M2 Pipesystem gebaut hat Und jetzt sage ich natürlich erstmal willkommen zum nächsten Minecraft LP Ja, eigentlich soll das heißen, willkommen zum nächsten Flash LP Ich glaube, ich kriege das nicht ganz gebacken Aber es ist kein Weltvergang So, nach dem Report über Mia Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? Ach, die riecht mir nicht mehr so irgendwie? Naja, okay Hier sind noch die normalen Mias Okay, dann bräuchte ich noch drei von denen Und nachdem wir einfach Captain hauen Ganz einfach aus dem Grund, weil die auch diese Reports droppen Und, äh... Geh besser mit XP und so Und so Stirb doch Zwulmatch Games 18 Übertreib Ach, aber wir wurden netterweise wieder aus der Party gekickt Toll Finde ich jetzt echt sehr nett, hm Nur weil ich hier Level 20 bin Muss man doch mich nicht wieder aus der Party kicken Zeige Stronger Vor allem ganz im Gegenteil In diesem niedrigen Level Level und Farben Sind noch viel mehr Und vor allem auch alleine und so Aber an thing Hat uns, hat er es nicht so interessiert astrologierend? Hm. Nicht nett. So, gehen wir ein paar Käpt'ns hauen. So, nach meinem Report erbaut Mia... Wie viel haben wir jetzt schon? 11 von 21? Ist noch so ein bisschen im Rahmen. Aber in Schleif braucht man sowieso Geduld, also von dem her. Ja. Oh, fehlen Report erbaut Mia. Kein Report erbaut Mia. Mal kurz schauen. Unser Cheap Potato Ballone hält ja auch noch. Ewig irgendwie. Mega drücken. Die haben grad mal 3 Stunden so von dem gebraucht. Ach komm, leck mich am Arsch. Schon wieder ein Verbindungsabbruch. Was soll denn der Scheiß? Was haben die denn für Holzsurfer? Das kann das doch nicht sein hier, oder? Äh... Okay, kurzer Schnitt. So, dann machen wir wieder ganz normal weiter. Und wieder willkommen zurück. So, gut. Irgendwie mehr gab es ein Hitrader und so, aber... Wo sind die ganzen Maps? Was ist denn hier los? Jetzt sind die wieder da. Loil. Okay, die Lacks sind hier... Hier sind echt extrem eigenartig. Ich weiß nicht, ob die sich einfach nicht bessere Surfer leisten können und einfach nicht immer nur wollen. Nur nicht wollen. So rum. Ich glaube, das ist langsam eher das, weil... Ich weiß nicht. Jeder P-Surfer kriegt das besser, ne? Aber... Hm. Wir müssen die selbst wissen, ob ein Office-Surfer schlechtes sein soll als ein P-Surfer. Vor allem von der... Äh... Anbindung her und so. Ich persönlich finde es nicht so gut. Ich glaube kein anderes Spieler findet es gut. Außer das sieht da draus irgendeinen Vorteil, was ich jetzt kaum glauben kann. So, Geld verdient man hier echt massig. Zumindest, naja, was heißt massig? Es geht, aber im Gegensatz zu früher verdient man jetzt hier echt ganz gut. Oh. Gäunz. Geil. Gleich machen wir was. Boots. Geil. Ich könnte mir eigentlich noch mal so ein Level 30er Set für BP oder für Assist farmen. Wobei, das ist immer auch viel zu farmen, das ist Selbstmord. Ich kenne mich auch voll der Wallhack. Man titelt da die ganze Zeit die ganzen Mobs überall durch. Aber in MMO ist das ja auch scheißegal. So, 18 von 22. Boah, drückte mir erst mal so ein 240er Crit rein. OP. Nerf mir bitte. Oh, noch ne Waffe. Jetzt geht's auf einmal ab. Ohne Party Skills droppe ich hier grad mehr als mit. Na gut, die Party Skills wurden ja auch für mich auch nur von kurzer Dauer. So, gut. Wie viel Prozent haben wir schon? Schon 59 Prozent? What the fuck? Das wird hier ja... Oh, lol. Also es geht hier echt extrem schnell. Also dem Level... Gar kein Problem. So, einen einzigen brauchen wir noch. Hm, war keiner. Wo müssen wir überhaupt dann hin? Treffen Porco. Wieder keiner. Komm. Kann's hier nicht sein. Wieder keiner. Jetzt gibt's wahrscheinlich kein Report mehr. Geht's eigentlich noch? Mann, irgendein Mob. Kann mich irgendein Mob hören? Irgendein Mob hier. So, jetzt komm. Drop in. Komm. Mach's einfach. Mach's für mich. Wieder keinen. Alter, wollen mich die Dinge hier verarschen? Was ist denn los hier? Komm. Einen einzigen Report brauche ich noch. Das fängt sich schon an. Ah, diese Lags. Was läuft denn hier falsch eigentlich? Wieder keinen. Ähm. Langsam was nicht. Ich fange hier ein bisschen an zu zweifeln. Ob die Hub noch einen droppen. Wieder keinen. Also, äh. Verarschung. Ja. Wir brauchen nur noch einen Report. Ein einziger Report. Das könnt' ich mir doch nicht antun. Jetzt haben wir endlich Geil. Da haben wir nochmal Eux. Town Blinky. Verkaufe. Anzeige Axt. Plus 0 und 6. Was. Feuer. Plus, äh. Wind plus 14. 90... Wie kauft sich denn bitte eine Sofa. Na ja. Dann haben wir die Effekte verändert. Stimmt. Okay, gut. Dann ist das okay. so klar natürlich jetzt 22 zwei abschließt oder eine halbe abschließt die besten gebracht und keine exp mehr Ah, Geld gibt es gleich noch Negore plus 3, okay 1,4 kb, yeah Ne, 32 kb, okay, gut Egal, das ist ja Tränen wir als extra Auch erstmal genug Geil, das haben wir erstmal ein bisschen Geld verdient Generell haben wir heute durch die Quasin Also schon relativ viel Geld sogar verdient Schaut auf alle vielleicht gar nicht mehr so schlecht aus für uns Das müssen wir kurz durchbuffen lassen Und mal kurz daten Sind wir schon 42 Punkte auf STR Hm, wir sind level 23, 22, okay Gut, dann könnten wir eigentlich weiterleveln Weil andere Quests, die von der Heidung oder was es sein sollen Ja, bringt sie glaube ich echt nicht mehr in unserem Fall Von dem her Ja, ich denke mal Wir levelen jetzt einfach mal ganz normal weiter bei den Sind wir jetzt level 22 Dann Äh, boah Wo levelen wir bei den Red Mantis Ne, wie heißt die Red Mantis, nur Mantis Red Mantis, genau Woher im Schauter Verkauf ich Dayset 28% Attack Gezocktet 19 Decks 4SDR 8 37 TD SK nur 9 Milliarden Oder 8 Milliarden Sorry Forged Das ist echt Naja gut Es ist sau teuer Naja es ist teuer Aber es ist viel Also irgendwas ist teuer Aber Ich weiß gar nicht Gut, ich kenne mich mit dem Preis Und sie bin so gut aus wie früher So Wohl level 27 Die sollten wir ganz locker umhauen Wie viele XP geben jetzt 48 haben wir jetzt 50 Das heißt 2% pro Mob Das schaut schon mal relativ gut aus für uns Also mit 107 STR hier in dem Löffel schon Das ist sau geil Und echt bedankt euch Also Auch nochmal Dank an Leute Die mir was geschenkt Bezüglich geschickt haben Ich finde das echt Richtig Richtig geil Ohne euch wäre jetzt Bestimmt noch nicht so weit Oh Level 22 Werden ihr alle ADV sucht Füller Naja ich meinte eh bloß nur noch die eine Aufnahme hier fertig Und dann Denk ich Werde ich erstmal wieder morgen Also aufnehmen Oder übermorgen Weil 2 habe ich jetzt aufgenommen Und Ja Es ist schon Mittag Also es ist Montag Mittag Und Es ist glaube ich Ich sollte langsam frühstücken Und Ich muss ganz gerne auch noch uploaden Hier Und mit meiner epischen Internetleitung Dauerts Oder Schaffen wir es uns nicht mehr Und das wäre ein bisschen blöd Und so Machen wir auch noch bis 70% Und Dann denke ich mal Lassen wir alles mal gut sein Für heute Vor allem wenn wir dann so Nicht mehr so viel Food haben Müssen wir erst mal was nachkaufen Und so Ach Wir machen das gleich Gepafft Deswegen machen wir jetzt also so viel damage Genau Schon viel besser So muss das sein Sind wir bei 69% Das heißt noch Anmach Und Ja Es war jetzt nicht mal ein bisschen kürzeres LP Aber ich denke mal Das ist ganz in Ordnung Und Müssen nicht immer 15 bis 18 Minuten So sein Genau Deswegen würde ich sagen Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten LP Bis zum nächsten Mal